Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2879. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Er ist nicht an seinem Arbeitsplatz, aber seine Brille und sein Notizbuch liegen auf dem Schreibtisch. Er ist nicht an seinem Arbeitsplatz, aber seine Brille und sein Notizbuch liegen auf dem Schreibtisch. Wir züchten hier Pflanzen, die nur wenig Wasser brauchen, aber schnell wachsen. Wir züchten hier Pflanzen, die nur wenig Wasser brauchen, aber schnell wachsen. Wir züchten hier Pflanzen, die nur wenig Wasser brauchen, aber schnell wachsen. Der Termin um 16 Uhr ist leider schon vergeben. Ich kann Ihnen aber einen Termin um 17 Uhr anbieten. Der Termin um 16 Uhr ist leider schon vergeben. Ich kann Ihnen aber einen Termin um 17 Uhr anbieten. Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Was wollen wir heute essen? Die Speisekarte ist auf dem Surfbrett. Was wollen wir heute essen? Die Speisekarte ist auf dem Surfbrett. Was wollen wir heute essen? Die Speisekarte ist auf dem Surfbrett. Möchtest du auch Kokosmilch trinken? Du kannst meinen Strohhalm benutzen. Ich habe mich als Weihnachtself verkleidet. Es soll eine Überraschung für die Kinder sein. Wir wohnen zusammen in einer kleinen Wohnung in München. Unser Podcast dreht sich heute um die Börsen und einige Aktien, die wir Ihnen empfehlen möchten. Dieses Auto hat eine sportliche und luxuriöse Innenausstattung. Dies ist das am besten ausgestattete Modell. Dieses Auto hat eine sportliche und luxuriöse Innenausstattung. Dies ist das am besten ausgestattete Modell. Dieses Auto hat eine sportliche und luxuriöse Innenausstattung. Dies ist das am besten ausgestattete Modell. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich bin heute Morgen noch alleine im Büro, weil meine Kollegen nicht so früh aufstehen wie ich. Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Erzähle mir mehr darüber. Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Erzähle mir mehr darüber. Ich bin verzweifelt. Mein Mann will die Scheidung. Was soll ich tun? Ich werde es versuchen, aber ich bin nicht sicher, ob es klappt. Ich werde es versuchen, aber ich bin nicht sicher, ob es klappt. Ich werde es versuchen, aber ich bin nicht sicher, ob es klappt. Leider brauchen wir mehr Zeit, weil ein Mitarbeiter erkrankt ist. Es ist so einfach, etwas online zu bestellen, wenn man eine Kreditkarte hat. Es ist so einfach, etwas online zu bestellen, wenn man eine Kreditkarte hat. Sei still! Ich bin so froh, dass unser Baby endlich eingeschlafen ist. Sei still! Ich bin so froh, dass unser Baby endlich eingeschlafen ist. Ich hatte Glück und bekam eine kleine, günstige Wohnung in einem Studentenwohnheim. Unsere Trainerin ist immer dabei. Sie achtet auf jede Bewegung. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, für den wir sehr hart gearbeitet haben. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, für den wir sehr hart gearbeitet haben. Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg, für den wir sehr hart gearbeitet haben. Willst du auch ein Eis? Ich habe dir eins mitgebracht. Wir sind auf dem Weg zur Meisterschaft. Wir sind auf dem Weg zur Meisterschaft. Wir sind auf dem Weg zur Meisterschaft. Auch dieses Spiel haben wir wieder gewonnen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. 1 Bye. Bye. Vielen Dank.